Ich habe ein lustiges Foto auf Instagram entdeckt mit Stand Up Paddle und Mountainbike hinten drauf und da wir ja schon gefragt worden sind, weil unser Track durch den See verläuft einmal, ob wir mit dem Ruderboot zurückgefahren sind, habe ich gedacht, ich muss das jetzt direkt nachmachen, weil natürlich sind wir nicht mit dem Ruderboot zurückgefahren, sondern mit dem Stand Up Paddle. Ihr kennt euch aus. Mal schauen, wie das so wird. Am Campingplatz haben schon die ersten Kinder gefragt, Papa, braucht man einen Helm zum Stand Up Paddle? Kann nur besser werden. Musik 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 Musik